Nun zeige ich euch unseren Westernraum. Unser Westernraum ist gedacht für AS ein Stillarbeitsplatz, an dem man sich einen Tag zurückziehen kann, in Ruhe arbeiten kann in einem Einzelbüro. Hier ist das Besondere, dass wir hier einen antiken Tisch stehen haben. Der Tisch ist von dem Großvater, von unserem vorsitzenden Geschäftsführer. Dies ist wirklich mal ein Arbeitsplatz, an dem man einen Tag in Ruhe arbeiten kann. Und ja, bei Gundlach sehr beliebt.